hallo leute und willkommen zurück zu Spaced Engineers ja wie ihr sehen könnt der SunTracker Block funktioniert also ich habe jetzt mal die Zeit auf Tagestütlos 15 Minuten runtergestellt weil ich mir gedacht habe ja für die Parts kannst du es ruhig mal machen da steht es auf 15 Minuten ja aber wie ihr sehen könnt ich habe den Block jetzt wohl doch falsch also der muss wirklich nach vorne also das müsste man dann eventuell doch mal umbauen aber bevor ich das umbaue also das wieder so aufbaue habe ich mir gedacht dann bauen wir lieber mal das was ich da in der Mod gesehen habe auf ja genau das hatte ich auch noch mal gesehen als ich meine Videos noch mal nachgeguckt habe ja ich habe es zu spät gemerkt ich hatte in dem Block wohl doch falsch rum ja aber jetzt so im Nachhinein ist mir halt bin ich halt immer überlegen also das klappt eigentlich nicht so wie ich das eigentlich vorhabe ich müsste jetzt mehr oder weniger ich müsste jetzt sogar noch ein extra neuen Kreislauf jetzt extra für Luft anlegen Luft und Uran wenn ich das jetzt wirklich so bauen wollte weil es geht ja nur in eine Richtung also raus geht es momentan aber es geht jetzt nicht ich kann nichts mehr reinpacken in dem Sinne ja ich muss mal wirklich überlegen wie ich das jetzt mache ja ich habe das auch schon mal angesprochen das Ding ist viel zu groß wir können es ja sehen das ist ein 3x3 Block also vor allem auch für kleine Schiffe ein 3x3 Block verstehe ich nicht wieso gibt es keine Sorte ein einzigen Block ich hatte ja auch mal nach Mods geguckt wie gesagt und ja habe nichts gefunden also es gibt keine kleinen Sorte ein einzigen Block groß das geht einfach nicht also wenn ich jetzt hier Blacklist oder Whitelist oder sonst was einsteller man kann ja nichts reinpacken in dem Sinne ja Förderbandsortierer ja wie gesagt es geht ja alles nur in eine Richtung ne Sondern ich jetzt sage mir mal auf der Whitelist ähm tut 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 mal alle Komponenten reinpacke dann sollte es ja normalerweise sollte ich ja denn normalerweise darüber zugreifen können ja aber wie gesagt das geht nicht das ist ein bisschen scheiße also da muss ich mir denn noch mal was anderes einfallen lassen das heißt wiederum so geht es nicht wie könnte ich denn das sonst machen ja wir sind ja auch wieder ein paar patsche rausgekommen jetzt mittlerweile der letzte hat ja so einiges an performance fixe gebracht die planeten sind ja bisher immer noch nicht rausgekommen könnt ihr ja sehen heiter dass ich hier so viel eisen habe da kann ich mich aber gar nicht dran erinnern das ist neu da hat sich mein asteroid hier aber verändert könnt ihr euch daran erinnern dass ich so viel eisen hier hatte eigentlich nicht naja also dann ist ja irgendwie neu generiert worden also ich habe jetzt auch nichts geändert das ist genau dieselbe welt die war zuvor auch schon hatten ich habe da nichts dran geändert naja wie mache ich das jetzt ja das ist es ja eben ich muss den sorter an einen großen dinge an einer großen förderband öffnung sonst klappt das ja alles nicht ja wenn ihr noch irgendeine idee habt könnt ihr mir ja mal in die kombi schreiben aber ich würde das jetzt wieder abbauen weil so klappt das ja leider nicht könnte ja mal zwar versuchen wenn ich es jetzt hier mal sehe gerade ich habe keinen sauerstoff mehr ich dachte ich habe keine energie mehr kein sauerstoff mehr wieso nicht ich habe ihn hier auf stockpilen gesetzt ja aus so jetzt sollte er eigentlich meine flaschen auffüllen tut er trotzdem nicht wieso nicht hallo ich brauche sauerstoff Ey, ich suche das nicht. Oh Mann! Was geht denn das jetzt hier nicht? Das hat sich auch schon wieder zurückgestellt hier. Ist der Sauerstofftank leer oder was? Ach, also entweder hat der nicht genug. Sauerstoff drin oder ist ausgestellt? Eins von beiden. Ich muss mal gucken. Ah, das ist mal so. Weil hier drin ist ja Sauerstoff. Ach Mann, was ist denn das? Was ist denn jetzt schon wieder los? Sauerstofftank. Sauerstofftank. Hä? Was geht denn das jetzt nicht? Energieverbrauch. 4,36 Prozent. Oh. Muss ich das jetzt verstehen? Wieso ist der Optigen aus? Da ist doch 57 Prozent drin, der Junge. Willst du mich veräppeln? 57 Prozent. Hm. Hm. Nee, also das verstehe ich jetzt nicht. Wieso er diese Flaschen hier auffüllt? Ist doch aus. Was willst du? Na ja, als wäre der defekt. Also normalerweise rot bedeutet defekt, also oder ausgeschaltet. Aber ich kann den jetzt auch nicht hier kaputt schweißen. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich denke diesmal dran, den Helm aufzusetzen. Nein, ich kann ja gar nicht raus. Fällt mir mal gerade ein. Muss ja hier drinnen bleiben. Alter. Kann das sein, dass es irgendwie an meinen Batterien liegt? So, wo sind sie denn? Batterien. Bohrer, Batterie. Keine Ahnung. Stehen doch nicht mal auf aufladen. Hä? Ja, so Montan. Ist es ja wirklich ein bisschen sehr komisch hier. Wieso funktioniert jetzt mein Sauerstofftank nicht? Wieso funktioniert denn nicht? Ja, ne Leute, tut mir leid. Also, ich kann jetzt auch nicht raus, sonst sterbe ich. Weil meine Sauerstoffflaschen ja nicht gefüllt wären. Ne, also, ich kann mal und dann irgendwie jetzt gerade überhaupt nichts tun. Ha. Sauerstoffgenerator, Sauerstofftank. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Könnte ich mir das beantworten, ey. Wieso funktioniert das jetzt nicht? Hier kriege ich auch keinen Sauerstoff. Obwohl er eigentlich mit dem Tank verbunden ist. Ist es ein Bug oder Feature? Alter, was ist das? Sauerstofffarm. Sauerstoffgenerator. Sauerstoffenerator. Kann man das System benutzen? Ja. Nee, ich weiß es nicht. Alter, ich kann den doch jetzt nicht abbauen, ey. Also, irgendwas stimmt da jetzt nicht. Wenn ich den abbaue, ist der ganze Sauerstoff futsch. Alter, das gibt's doch nicht. Was ist los hier? Nee, ich hab keinen Plan. Also, entweder ich hab irgendwas übersehen. Aber. Habe ich genügend Materialien, um ein... Ja, oder? Es wird mir angezeigt, dass er voll ist. Aber er ist nicht voll. Kann natürlich auch sein. Tja. Ich kann jetzt nur eins versuchen. Dass ich sozusagen den Sauerstofftank... Umbaue. Äh, was brauchen wir? Stahlplatten. Ja, nee, tut mir leid. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt schon wieder los ist hier. Stahlrohr groß. 40 Stück. Was ich auch schon wieder nicht mehr habe. Ja, ich muss mal wirklich ein Sortiersystem mal so langsam einbauen, ey. Stahlrohr groß. Machen wir mal kurz 100 Stück. Ja, meine Lager, die sind auch so ziemlich voll. Das ist das Problem momentan. So, was fehlt denn noch? Ach, Computer und das war's. Joa, nee, keine Ahnung. Ich kann jetzt nur versuchen, den Sauerstoff in irgendeiner Weise umzutanken. Und hoffen, dass das geht. Wieso auch immer dieser Sauerstofftank nicht funktioniert. Ja, wie gesagt, Leute. Also, wenn ihr irgendwas wisst... Ja gut, bis dahin wird's wahrscheinlich schon zu spät sein. Bis dahin werde ich's sehr wahrscheinlich schon selber rausgefunden haben. So, dann versuche ich das Zeug jetzt mal umzutanken. Gucken, ob das geht. Sorry. Nö. Guckt euch an, wird mir auch rot angezeigt. Als nicht funktionstüchtig. Also, entweder ist irgendwas unter mir kaputt gegangen. Nee, aber kann ja nicht sein. Also, das Ding muss ja funktionieren. Ach, ey, das ist doch nicht wahr, sowas. Ja, nee, keine Ahnung. Ich will jetzt mal halt eins versuchen. Wenn ich jetzt halt hier mal den Sauerstoff raussauge. Nicht mal das funktioniert. Ja, wie gesagt, es stimmt irgendwas mit den Tanks nicht. Ja, nee, Leute, sorry. Da muss ich mal jetzt mal zwischen dieser und der nächsten... Zwischen diesem und dem nächsten Part mal gucken, was das ist. Kann ja irgendwie nicht sein, dass das nicht funktioniert. Irgendeine Mod drauf oder so? Nee. Ja, ihr könnt's ja sehen. Also, es wird nicht reingepumpt. Ja, Leute, dann bedanke ich mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen würde ich mich trotzdem freuen. Und über Kommentare. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.